Woche 26 Vermischung von Erfahrung und Konzeptionen Das Übernehmen und Befolgen von autorisiertem heiligem Wissen und von Erfahrungen von Heiligen und Lehren kann auch in die Irre leiten. Die eigene Orientierung an Autorität blendet, trübt die klare Sicht und jede Nachahmung schwächt das Erforschen des Zweifels und die kritische Überprüfung in sich drin. Man wird zu einem Nachfolger anstatt einem wirklichen Erforscher des Wahren. Die Vorherrschaft und Führerschaft eines Vorbildes, eines Meisters oder Gurus führen einen weg von der eigentlichen inneren Erforschung. Ihre Funktion ist nicht das Vorkauen der Wahrheit und einem nur Secondhand-Weisheit zu vermitteln, sondern einen selber in die Erfahrung zu begleiten. Es braucht ungeheuren Wagemut, es zu getrauen, sich in die Bereitschaft dazu hineinfallen zu lassen und nicht einfach nur Weisheiten erlernen und sie nachplappern. Die weise Führung von Heiligen ist absolut wesentlich, die Erfahrungen zu bestätigen und sie von Projektionen zu unterscheiden, sowie einem Weghinweise zu vermitteln, die man selber nicht erkennen könnte. Der Versuch des denkenden Geistes durch angesammeltes Konzeptwissen der Weisheitslehren oder durch angeeignete Erfahrungsschilderungen anderer einen Weg aus zweiter Hand zu gehen, erscheint wie eine fast perfekte Imitation des reinen nackten Erfahrungsweges. Der Geist glaubt effektiv durch die Ansammlung geistigen Wissens, durch gelehrtes Buchwissen aus heiliger Literatur, direktes Wissen, Erfahrungswissen ersetzen zu können und sich so nicht mehr dem eigentlichen Pfad der Hingabe ausliefern zu müssen. Spirituelle Konzepte können den Menschen dienlich sein, sie können heilsam sein, aber sie können sich auch in Gift verwandeln, je nachdem mit welcher inneren Absicht sich der Mensch ihnen zuwendet. Wir können viel erreichen, indem wir uns Konzepte aneignen, wertvolle, machtvolle Konzepte, die vorgeben, spirituell zu sein. Wenn man sich auf dem spirituellen Weg nicht enteignet, sondern sich noch mehr aneignet, noch mehr sogenanntes spirituelles Wissen anhäuft, als man schon hat, dann kann man bald nicht mehr unterscheiden, was eigentlich die eigene wirkliche Erfahrung ist oder was nur angenommen und übernommen wurde. Man weiß nicht mehr sehr klar, was innig erlebte Erfahrung ist und was nur repetitiv gehört wurde, also totes Wissen ist. Es geschieht eine Vermischung von direkter Erfahrung und Introjektion, in Klammer Übernahme von Werten, Wahrnehmungen und Einstellungen. Doch Secondhand-Konzepte zu übernehmen, führt nicht in die Wirklichkeit, sondern in die Selbstentfremdung. In all dem angehäuften spirituellen Wissen ist die Unterscheidungskraft von ureigenem und überliefertem und anerzogenem unscharf geworden. Da muss man einen Schritt zurücktreten und genau betrachten, was wirkliche innerste Resonanz schenkt und was nur Überbau war. Die erhabensten spirituellen Konzepte, welche man aus den Weisheitslehren aufgeschnappt und übernommen hat, sind in Wirklichkeit totes Wissen, solange sie aus zweiter Hand stammen und nicht aus der direkten Erfahrung eines gelebten Lebens und eines durchlebten Todes. Tiefe Selbsterforschung in Fragestellung und aufrichtiges Nachfragen und eigene Erfahrung werden manchmal die Aussagen des spirituellen Lehrers und der Schriften bestätigen. In diesem Moment einer solchen erlebten Übereinstimmung aber wird es zu direktem Wissen aus erster Hand. Jeder andere gefälschte Ausgangspunkt besitzt nicht die Kraft, einen Weg zur Freiheit hin zu initiieren. Menschen auf dem inneren Weg vermögen lange Zeit nicht zwischen ihrem direkten Erleben der Erfahrung und Wissen aus dem gebrauchtwaren Laden ihres Geistes unterscheiden. Denn der Geist betreibt einen regen Handel mit übernommenem Fremdwissen und stellt es als das Ureigene dar. Der Weg des Übernehmens von gehörten Glaubenswahrheiten erscheint als der normale Weg eines jeden durchschnittlichen Glaubensanhängers in jeder Konfession. Konzeptgerüste spiritueller und philosophischer Art dienen dem Geist als Orientierungshilfen, als geistige Krücken. Diese müssen jedoch wieder verworfen werden, um im Zustand des Anfängergeistes unschuldig, neu und frisch einen freien und ungetrübten Blick auf das Gelernte zu öffnen. Sonst schwimmt man so leicht einfach im Strom der Voreingenommenheit mit. Der innere Lernprozess fordert den Schüler stets auf, nicht von dem, was er hört, liest und aufnimmt, einfach zu glauben, sondern anhand der eigenen Erfahrung und in seinem Innersten zu überprüfen, ob es den Klang der Wahrheit habe.